Herzlich Willkommen zur dritten Pressekonferenz der Piratenpartei Deutschland, hier in Lampertheim. Es ist der Bundesparteitag 2016-1. Er läuft immer noch. Mein Name ist Olaf Krüger. Zu meiner Rechten haben wir Carsten Sarosch, den zweiten Bundesvorsitzenden der Piratenpartei Deutschland. Zu meiner Linken haben wir Christos Zingliutis, der politische Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland. Es geht heute hier jetzt um die bereits gefassten Beschlüsse, das heißt von gestern bis zum jetzigen Zeitpunkt. Es ist 13.30 Uhr. Der Parteitag dauert noch an, aber es gibt einiges zu sagen. Insbesondere zum letzten Beschluss, da hat es etwas Diskussionsbedarf gegeben, aber offensichtlich wird die Partei nicht die Partei der Besserverdienenden. Sprich also der Regel, Mitgliedsbeitrag bleibt bei 48 Euro. Wie siehst du das, Carsten? Ja, wie sehe ich das? Ich möchte es mal als schwierig betrachten oder bezeichnen. Wir sind natürlich in der Situation, dass wir über die Mitgliedsbeiträge natürlich unsere Unkosten auch bestreiten müssen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn es nicht passt. Einfach eine Kostenausgaberechnung, nicht? Aber das Gremium entscheidet halt und es gab verschiedene Module, verschiedene Möglichkeiten von Mitgliedsbeiträgen, die zum Tragen gekommen wären, die dann zwischen 48 und 144 Euro gelegen hätten. Ein ermäßigter Beitrag sollte dann angefasst werden, nicht angefasst werden. Im Prinzip haben wir im Moment die Situation, wir bleiben, wie du schon richtig sagtest, bei den 48 Euro und bei den 12 Euro ermäßigt. Ich bin mir aber noch nicht ganz schlüssig, ob die Diskussion im Moment draußen tatsächlich schon abgeschlossen ist. Das kann ich im Moment nicht beurteilen. Mal sehen, was da eventuell noch nachkommt. Wir haben ja gestern auch einiges zur neuen Struktur des Grundsatzprogramms während der zweiten PK mit dir gehört. Wir haben unter dem Motto Sozial-Digital-Punkt diesen Parteitag eröffnet und laufend und einiges auch an Beschlüssen zur Digitalisierung gefasst. Unter anderem jetzt neu, keine Überwachungsmaut beispielsweise und die Abschaffung des großen Lauschangriffs. Wie siehst du das? Wie hat sich die Piratenpartei jetzt positioniert? Im Prinzip so, wie wir das schon immer propagiert haben. Das sind ja Themen, die ganz klar darauf hinweisen, dass ich in meiner Bewegungsfreiheit, in meiner unkontrollierten und unüberwachten Bewegungsfreiheit eingeschränkt werde. Und von daher konnte es von uns nur dieses Thema geben und auch diese Absage diesen Themen gegenüber. Christos, es gab natürlich neben der Digitalisierung noch die wichtige Komponente des Sozialen, sprich also insbesondere des Asyls. Da wurden mehrere Anträge angenommen, beispielsweise das Asylpaket, wie es so schön heißt, mit den Modulen für ein rechtsstaatliches Asylverfahren und Abschiebestopp im Winter. Du hast ebenfalls dazu eine Rede gehalten. Wie siehst du die Position der Piratenpartei jetzt nach den angenommenen Anträgen? Es war ja schon von vornherein ein gefühltes Muss, dass wir uns für die Flüchtlinge oder für die Menschen, die herkommen wollen, auch einsetzen. Es gibt viele Piraten, die sich in diesem Bereich einsetzen. Sei es mit direkter Hilfe, sei es mit der Hilfe vor Ort bei den Flüchtlingen, sei es mit Freifunk, sei es wie auch immer. Das wurde ja bei uns schon immer getätigt. Wir haben jetzt nur sogar programmatisch was geschaffen, wo wir auch, ich als Polgev, sagen kann, da steht es, ich kann diese Position übernehmen. Es ist wichtig, dass die Menschen, die herkommen, Menschen sind. Dass wir denen helfen und dass wir auf jeden Fall nicht vergessen, dass es Menschen sind und keine einzelnen Produkte und keine einzelnen Zahlen. In der letzten Woche sagte der Söder zum Beispiel, er möchte 300.000 Leute gleich rausschmeißen. Was für ein Verfahren sonst was an? Es war eine Polemike in dieser Diskussion, was er eingebracht hat, damit er seinen Stammtisch in Bayern mal wieder auf Kurs bringt. Gestern, vorgestern war das in Sachsen. Da kam ein AfD-Mitglied, der der Leiter dieses Flüchtlingsheims war, hat die Information wohl weitergegeben an eine Horde von 100, 200 Leuten, die dann einen Bus von Flüchtlingen erwartet haben. Das sind Sachen, die dürfen einfach in diesem Land nicht passieren. Und das darf auch in der Polemik nicht so weit sein, dass wir vergessen, dass wir Menschen sind. Wir haben die Aufgabe, uns gegenseitig zu unterstützen. Und wenn Menschen aus Syrien oder wo auch immer sie herkommen, Hilfe brauchen, dann sind wir verpflichtet, als Christen und als Menschen und auch als Piraten dazu helfen zu sein. Du hast gerade deine Funktion innerhalb der Piratenpartei im Bundesvorstand erwähnt, politischer Geschäftsführer. Das heißt, du befasst dich nicht nur mit Themen wie etwa Asyl, sondern auch mit dem Freihandelsabkommen, Tite. Wir haben dazu ebenfalls einen Beschluss gefasst. Wie siehst du da jetzt die Position bestärkt, der Piraten? Auch ähnlich wie beim Asyl. Wir kämpfen als eine der ersten Parteien gegen Titek, gegen CETA, gegen die ganzen Freihandelsabkommen. Wir kritisieren nicht, dass es ein Abkommen gibt, sondern wie das zustande kommt. Dass im Endeffekt keiner in der Lage dazu ist, danach zu gucken so richtig. Es ist keinem klar, was da passiert. Ich war im Bundestag letztens, da hat ein Abgeordneter zu mir gesagt, der kam von der SPD, glaube ich, der sagte zu mir, Christus, schau dir das mal an, wenn ich ein TTIP, wir haben Kopien bekommen von TTIP, das ist in so einem schwierigen Englisch abgedruckt. Ich bin zwar Jurist, aber ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Wenn mir das ein Jurist sagt, dann bin ich richtig nervös. Vergleichsweise dazu sehen wir auch die Abkommen, die in Mexiko und mit Mexiko und USA passiert sind. Da war ja auch vorher die Rede von den Amerikanern, es wären 100.000 neue Arbeitsplätze. Da sind aber keine 100.000 neue Arbeitsplätze passiert. Da ist gar nichts passiert. Im Endeffekt sind die kleinen Unternehmen oder die Unternehmer da die Leidtragenden. Also ich finde den Antrag als solche super und bin glücklich darüber, dass er passiert ist. Sowohl in deinem Ressort als auch in deinem Carsten ist dieser Antrag, nämlich keine Einschränkung beim Bargeldverkehr, auf großes Interesse gestoßen. Wie kommt das? Also Bargeld zu beschränken, heißt ja nichts anderes, als dass du im Endeffekt alles elektronisch machst, den Zahlungsverkehr. Es heißt nichts anderes, als dass du die komplette Freiheit des einzelnen Menschen beschränkst. Es heißt nichts anderes, als dass du eine absolute Kontrollfunktion des Staates hast. Und es erinnert mich an den Kommunismus früher, wo die Mauer noch da war. Also so war es früher in Jugoslawien. Ich weiß noch, wo ich da runtergefahren bin, da wurdest du kontrolliert, wie viel Geld du hattest. Da war ich ein kleiner Gütte und da kam die mal an mit einem Kalaschnikow und sagten, wie viel Geld du haben. Und da hat meine arme Mutter einmal gesagt, nicht viel, blöd, also sollte man nicht machen, der angeht. Oder was sagst du denn dazu, Carsten? Das ist ja relativ einfach nachzuvollziehen. Wenn ich sage, ich begrenze diese Geschichte im Bargeldverkehr, lege eine Obergrenze, meinetwegen auf 5000 oder was auch immer. In dem Moment konzentriert sich natürlich alles auf die Datenspur, die ich hinterlasse, weil ich mit Kreditkarte zahle oder mit Geldkarte oder wie auch immer, was wieder nachvollziehbar ist. Wenn ich der Meinung bin, auch wenn ich vielleicht finanziell gar nicht in der Lage bin, loszugehen, ich möchte mir ein Auto kaufen und ich kaufe mir dieses Auto, das kostet 5500 Euro, dann möchte ich bitte 5500 Euro, und das ist ein legales Zahlungsmittel, okay, auf den Tisch legen und kaufe dieses Auto und fahre mit dem an die See. Das ist ganz einfach. Das funktioniert nicht, weil ich muss mit Karte zahlen, ich muss mich nackig machen vor den Überwachungselementen, die nachvollziehen können, dass ich das Auto, wo ich es gekauft habe und wenn ich dann tanken fahre, bleibe ich gleich bei der Karte, kann ich auch gleich sagen, wo ich hinfahre. Und natürlich sage ich als Grieche, ich will lieber beagelt haben aus Erfahrung, wie es im Anland war, das ist glatt. Du hast gerade von Autos gesprochen. Es gab auch einen Beschluss auf diesem Bundesparteitag gegen die Überwachungsmaut. Wie sieht das jetzt im Detail aus? Da sind wir gleich wieder in dem Thema. Ich habe ja gerade ausgeführt, dass ich, wenn ich mit Karte zahle, nachvollziehbar bin, ich bin gläsern, man kann meine Spur ja verfolgen, wo ich gewesen bin und was ich dort getätigt habe. Und bei der Überwachungsmaut läuft es doch auch nicht anders. Was passiert denn? Die Maut, ich werde registriert, wenn ich irgendwo reinfahre, ich werde registriert, wenn ich wieder irgendwo rausfahre, wenn wir das mal so einfach darstellen möchten. Und schon weiß jeder, wann ich wo gewesen bin. Ich habe also gar nicht die Chance, irgendwo mal für mich zu sein oder nicht nachvollziehbar irgendwo mich zu bewegen. Derzeit haben wir ja die Diskussion um Apple und die Entsperrung eines iPhones. Insofern war auch logisch, dass die Gerätehoheit, so der Titel eines weiteren Antrages, der angenommen worden ist, gepasst wird. Wie ist das vor diesem Hintergrund jetzt zu erklären? Das ist eine sehr schwierige Diskussion, die man darum führen müsste. Es ging ja auch darum, dass eventuell Straftaten oder eine bereits vorhandene Straftat noch nachträglich irgendwie aufgeklärt werden kann. Allerdings wäre dann der Eingriff der Firma ja so schwerwiegend in verschlüsselte Daten teilweise. Und das ist abzulehnen in der Form meiner Ansicht nach. Wir haben, Stichwort Bildung, ein umfangreiches Paket beschlossen, das mehrere Module beinhaltet, so benennen wir das, also Abschnitte. Da geht es zum Beispiel um Bildung in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft bis hin zur Medienbildung. Wie haben sich die Piraten deiner Meinung nach da jetzt positioniert? Die Position ist klarer und definierter. Und wenn man den Antrag so genau durchliest, sieht man, dass wir ja für die Weiterentwicklung des einzelnen Schülers oder des Bildungsnehmers sind. Also ich bin super begeistert von dem Antrag. Man kann ihn auch runterbrechen. Bildung ist ja im Endeffekt Landeshoheit. Und man kann es trotz alledem da runterdrücken, runterbrechen und sagen, jedes Land als solches kann damit jetzt arbeiten. Also es ist ein sehr schöner, sehr visionärer Antrag. Dieser Antrag bringt jeden Schüler und jeden Menschen, der in irgendeiner Art und Weise mit Bildung zu tun hat, weitergeht. Insgesamt sind es über 1000 Seiten. Alleine der befassten und verabschiedeten Anträge, wenn man das mal ausdrucken wollte. Es gibt aber auch noch einen interessanten Antrag, der angenommen worden ist, unter dem Titel Tag des Grundgesetzes. Was haltet ihr davon? Wie gehen wir jetzt damit um? Ja, ich denke, dass das Grundgesetz für uns ja, das heißt nicht, ich denke, sondern ich weiß, das Grundgesetz hat einen ganz hohen Stellenwert. Und ich denke, wir müssen diesen Stellenwert auch entsprechend darstellen und auch nach außen vertreten, dass wir dieses Grundgesetz in der Form auf jeden Fall als schützenswert und erhaltenswert betrachten. Und das muss den Wählern auch ganz klar deutlich gemacht werden. Insgesamt haben wir jetzt viele Anträge, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, seit gestern, die in die Richtung Digitalisierung gehen, die in das Soziale gehen. Etwa den sogenannten Leitantrag des Bundesvorstandes zum digitalen Wandel, dann zur digitalen Revolution, der Verantwortung, der Gestaltung dieser Revolution. Dann haben wir auch dieses Grundsatzprogramm gestrafft, konsolidiert, zusammengefasst, gelettet. Wir haben jetzt die Bildung im Programm ebenfalls nochmal zusammengefasst. Wie seht ihr bislang, der Bundesparteitag läuft ja noch, wie seht ihr bislang den Bundesparteitag in seiner Abfolge? Ja, das war am Anfang sicherlich so, dass wir erstmal reinkommen mussten, die ersten ein, zwei Stunden. Aber die Stimmung ist superklasse, sehr viele Fraktionäre, fast jede Fraktion ist vertreten. Die Wichtigen sind da, es sind wirklich alle Fraktionen da, es sind fast alle Landesverbände da, es sind einzelne Piraten da. Ich hatte gestern zum Beispiel das große Glück, einen Neupiraten kennenzulernen oder eine Person, einen weiblichen Piraten, der reingekommen ist. Wir sind ins Gespräch gekommen und diese Person hatte einfach eine Facharbeit über VDS abgeschrieben und dachte, wir sind genau diese Partei dafür. Ich habe mir die Abhandlung, die Facharbeit durchgelesen, ich war nur begeistert. Es war schön, es gibt Menschen, die wieder auf uns zukommen, die sagen, ihr seid die Richtige. Was ich dem Journalisten vorhin schon sagte, dieses Gefühl da drüben ist einfach positiv. Auch wenn wir uns untereinander vielleicht sachlich nicht verstehen, also sachlich. Aber wir sind trotzdem, haben wir den höchsten Respekt untereinander und das macht richtig Spaß. Also ich habe es gestern ja schon mal kurz erwähnt, dass dieser Parteitag definitiv notwendig war. Wir haben es lange nicht in der Form durchführen können. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ich freue mich aber auch schon auf den nächsten Programmparteitag, weil es endet ja nicht. Du hast gerade eine Anzahl von Seiten genannt, die werden wahrscheinlich nie weniger werden. Wir werden immer wieder oben vom Stapel was wegnehmen und unten schieben wir wieder was drunter. Notwendig ist er definitiv gewesen. Ich finde ihn auch von der Organisation her und von der Durchführung her super. Ganz ehrlich ist der erste Parteitag, den ich erlebe, wir haben Punkt 10 angefangen. Gestern und als auch heute. Das freut mich sehr, weil diese Zeit, die wir haben, die müssen wir auch nutzen. Und das dürfen wir nicht vergessen und dann in irgendwelchen Kleinigkeiten und Diskussionen verlieren. Und die Anträge, die bearbeitet wurden, zeigen auch ganz klar die Notwendigkeit. Und wenn Uneinigkeit über Anträge bestehen, okay, das passiert halt, aber dafür gibt es die Anträge. Und die Entscheidung fällt ja dann in der Abstimmung. Und dann habe ich das auch so zu akzeptieren. Die Grundrichtung der Partei steht. Und ich denke, wir haben genügend Möglichkeiten, jetzt durch solche Anträge dann auch die kleinen Bereiche zu füllen und auch die wichtigen Bereiche nach außen hin definitiv zu vertreten. Man merkt auch tatsächlich, dass die Resonanz in den Medien spürbar zugenommen hat. Gerade auch die Forderung der Piratenpartei nach einem Internetministerium ist in verschiedenen, auch Leitmedien, hat eine Resonanz gefunden. Wie werdet ihr mit den Ergebnissen jetzt umgehen als Bundesvorstandsmitglieder? Ja, wie werden wir damit umgehen? Wir haben den Leitantrag ja gestellt und das war für uns sehr wichtig, dass wir da die Stärkung der Partei oder der Basis hinter uns stehen haben, beziehungsweise durch die Basis und dieses Abstimmungsverhältnis gestärkt werden. Und wir werden das genauso umsetzen, wie wir es im Antrag formuliert haben und werden unsere Forderungen nach außen ganz klar darstellen. Aber natürlich werden wir auch nicht nur diese eine Forderung, wie wir jetzt gesehen haben. Wir werden auch Asyl weiterhin bekämpfen, also im Sinne von, dass wir dafür kämpfen. Wir werden auch die Bereiche BGE, wir werden auch alle anderen sozialen Bereiche übernehmen. Also das ist, wir sind eine Gesamtpartei und mit diesem Leitantrag, den wir haben, der ist jetzt als Rahmenbedingung für uns und zusätzlich werden wir alle anderen normalen Punkte auch weitermachen. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage und zwar wurde gestern auch mitbeschlossen, dass wir ein Datenschutzministerium von den Piraten zu erwarten hätten. Das finde ich jetzt eine sehr spannende Geschichte. Wie steht die Piratenpartei sich das denn vor? Die Frage ist, wenn wir in den Bundestag kommen, dass wir das Ministerium einrichten. Ja, wie stellt sich die Piratenpartei das vor? Erstmal stelle ich mir vor, dass wir einen wunderbaren Wahlkampf hinlegen, damit wir nämlich die Hürde nehmen und in den Bundestag einziehen. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir uns über die technischen Probleme Gedanken machen, wie wir dann so ein Ministerium vernünftig aufstellen. Die Forderung danach sagt ja erstmal aus, dass wir es so nicht akzeptieren möchten, wie es im Moment läuft. Dass dieses Digitale quasi so parallel irgendwo nachlässig betrachtet wird, sondern es muss schon einen Fokus geben und der würde dann bei so einem Ministerium liegen. Und das ist eigentlich die Kernforderung dabei. Es ist aus meiner Sicht ungemein wichtig, dass wir das Ministerium haben. Nehmen wir das Beispiel Breitbandausbau. Da sind wir bei Glasfaser momentan an 28. Stelle. Ich glaube, mit einem Prozent Ausarbeitung ist es ein Schande für dieses Land. Und so ein Ministerium könnte so etwas fokussieren. Es hat auch den Faktor, du kannst auch Wirtschaftsverbände damit unterstützen, du kannst vielerlei Hinsichten helfen zur Seite stellen. Es fehlt, wie es damals in den 70er oder 80er, 90er mit dem Umweltministerium war, fehlt dieses sogenannte Internetministerium. Das brauchen wir und es ist ungemein wichtig, dass wir das so schnell wie möglich mit uns im Bundestag dann kriegen würden. Weitere Fragen? Nein? Gut. Der Bundesparteitag, wie gesagt, läuft noch. Wahrscheinlich bis in den späten Nachmittag hinein. Vielen Dank, Carsten. Vielen Dank, Christus. Wir werden sehen, was noch beschlossen wird. Wir werden das auch online stellen und zeitnah posten. Vielen Dank fürs Hiersein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ola. Vielen Dank. Vielen Dank.